So ging das nicht weiter. Ich hatte die Ausbildung bei der Versicherung abgebrochen. Die einzige Ausbildung, die ich hier angefangen hatte. Bist du sicher, dass du die Nachtschicht willst? Gibt aber ein paar unangenehme Vögel nachts. Es geht viel mehr. In Bordelle und miese Kneipen einzudringen. Mir hat neulich ein Typ 500 Mark geboten, wenn er mir ans Knie fassen darf. Für 500? Dafür hätte ich eben auch einen geblasen. Und gleich danach Herrn und Frau Pfeffersack vom Atlantic Hotel abzuholen. Fährst du Besoffene? Na klar. Besoffene sichern meinen Lebensunterhalt. Wohin? Wo noch auf ist. Aber was mir am meisten gefiel, war das Geld. Du hast doch bestimmt einen Freund. Ja. Hallo, ich bin Dietrich. Bist du neu? Manchmal merkt man erst, dass man schon wieder in etwas hineingeraten ist. Dietrich ist keiner von deinen Vorstadtjungs. Du musst darauf achten, dich seinerwürdig zu erweisen. Wenn man bereits bis zum Hals drin steckt. Hallo. Was studierst du? Taxifahren. Wie wär's mit nem Martini? Eigentlich bin ich hergekommen, weil ich mit dir schlafen möchte. Geht das nicht auch ohne Getränk? Ich hab nen Freund... Hast du nicht gesagt, dass du keine Beziehung willst? Was ich eine Beziehung habe, ist ja nicht, dass ich sie will. Wenn ich was Besseres finde, dann ist es vorbei. Tauch nie wieder unangemeldet bei mir auf. Ich will, dass du es mir ins Gesicht sagst. Du siehst scheiße aus! Schau mich an. Mutterschaft ist ohnehin dein einziger Ausweg. Wieso fährtst du ein liebstes Mädchen wie du überhaupt Taxi? Ich frage ein Auto. Hört sich an wie ein scheiß Job. Willst du dich umbringen oder bloß als Taxi verschrotten? Weil dann brauchst du mehr Anlauf. Wozu? Zum Umbringen oder zum Taxi verschrotten? Für beides.